Ich habe ein Aesthetik-Lieblingsgeschäft auf dieser ganzen Welt. Die haben einfach so unfassbar schöne Sachen. Das ist keine Werbung. Wenn ihr auch so Aesthetik-Stuff liebt, dann werdet ihr diesen Shop lieben. Sachen, die ich euch zeige, sind alle unter 10 Euro. Und ich meine, schaut euch mal diese Haarklammern an. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Ich liebe Nozizbücher. Und die haben die allerschönsten. Aesthetik-Zeug für die Schule haben die auch. Ich meine, schaut euch mal diese wunderschönen Sachen an. Da, diese Ordner. Ich will alles haben. Kerzen gibt's auch. Keine Worte. Okay, diese Tasche brauche ich definitiv. Leute, das Geschäft ist Zostringren und es gibt auch einen Online-Shop. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, komme ich mit tausend Dingen raus. Ich kann doch was für mich.